Hallo miteinander. Ich möchte euch jetzt kurz zeigen, was für Unterschiede bei einem 84 oder 85 cm grossen Schirm gibt. Und zwar haben wir hier den Klassiker. Das ist ein ganz normaler Schirm, den wir aufspannen und dann reinblitzen können. Und wir haben hier den sogenannten Deep Focus Umbrella von Jinbei. Und wenn ich die jetzt einfach mal so nebenan stelle, dann seht ihr schon, was der grösste Unterschied ist. Dieser hat 2, 4, 6, 8 Stäbe und der hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stäbe. Also das Licht von diesem Schirm ist eher ein bisschen rundlich, das ist eher ein bisschen eckig. Und was halt wirklich der grösste Unterschied ist, ist die Lichtformung, die mit diesem Schirm sicher wesentlich besser ist als mit dem. Ja, ich hoffe, ich habe euch hier etwas auf einfache Art zeigen können. Und in diesem Sinne, schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Tschau zusammen. Schönen Tag. Sch outlets组. Schönen Tag. K留言. Schönen Tag. acle. Schönen Tag. Schönen Tag. Vielen Dank.